ja hier können wir was upgraden ok wir können irgendwelche tower stärker machen aber ich glaube ich kann man das gar nicht leisten jetzt wollen wir schauen wo ist ein tor versuchen wir gehen also müssen falsch war ich falsch das muss ich ja machen das verwechsel ich öfters leute das ist richtig gute sachen wir nehmen den und dann hier den was kriege dann ja und wenn den zweiten nehmen 20 prozent ja das geht doch eigentlich der haut jetzt richtig gut rein es kostet nicht so viel das nehmen wir so dann haut der gut hin also der gifter ist praktisch unser gold tower der hält was aus wir sind level 6 jetzt können wir weiter das haben wir schon gemacht das ist ein normaler level drei mal gemacht das haben wir nicht gemacht den habe ich jetzt weiter hier wie sie sicher nicht geht es denn da weiter das ist denn der nächste level das haben wir doch schon alles das verstehe jetzt nicht vielleicht geht es wirklich hier weiter keine ahnung aber das haben wir schon gemacht egal machen wir es halt noch mal ich finde es nur bisschen komisch grad es ist wirklich komisch also die kommen hier rein so jetzt schauen wir wird man den abkriegen können wir noch einmal immer mal ein gift da war hin ja der gifter macht die auch das ist super normale tor brauchen wir wieder sehr schön aber den geben wir immer denn da hin und auch gleich abkriegen selbstverständlich 17 waves so das machen wir schnell durch das ist sie sie weiß nicht wo es normal sonst weiter geht also ich habe sonst hier nix mehr frei das ist das problem aber es läuft wunderbar das gift ist auch sauber genau noch abkriegen und nicht der menschen der hütte hier machen ja das sollte locker zackig und auch flockig gehen das kann man schauen hier durch auch die letzte wave lasse ich gleich rein ist überhaupt kein problem geht sich aus leute geht sich aus mal ruhig schneller machen kein problem so jetzt kriegen wir irgendwelche kisten oder so zumindest eine 200 silber eine prime bomb slingshot magic und was ist ein stern das wäre super ja nehmen wir den können wir evolution ich sage mal so leisten wir uns einfach noch eine karte geld ist auch okay so continue hat sich ausgeglichen sozusagen jetzt haben wir das gemacht ja wo geht es jetzt weiter müssen wir das jetzt noch mal machen ich verstehe das nicht zuerst den boss und dann das oder wie geht das das ist ein bisschen eine komische sache hier so wir können jedenfalls eine schöne evolution machen äh und zwar wie geht das evolution ne und zwar dien da den slingshot und dann hier noch ein slingshot jetzt müsste der den level rauf gehen boah 500 das habe ich aber nicht scheiße also wir haben zu wenig geld leute ey das ist scheiße können wir irgendwas verkaufen vielleicht scheiße die können wir nicht ja dann müssen wir den da machen der ist hart aber das ist ja kein problem locker zackig und flockig wenn man so wo kommen die rein äh hier so merke ich da eh nicht oder hier oder wo kommen die rein hier kommen sie ok ich schicke mal mehr rein weil dann kriegen wir ein bisschen extra kohle ist ja kein problem leute bumbale dazu und dann läuft die bude überhaupt kein problem mit diesem extra geld das bringt es natürlich auf jeden fall dass man da mehr kriegt wenn man sich das anschaut 14 mehr da kann ich schon was damit anfangen so dann werden wir das da hinten kaputt machen es gibt auch kohle hoppala das wurde falsch sorry den wollte ich abgrain so jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben das ist schlecht müssen wir nochmal anfangen zu viele auf einmal sind nicht gut wir brauchen auch einen flammentower den nehmen wir hier den kann ich leider nicht upgraden aber das kriegen wir schon hin so let's go ladies and gentlemen let's go am Anfang können wir wirklich viele reinlassen das ist überhaupt kein problem aber so ab level 10 muss ich mir ein bisschen zusammenreißen da dürfen wir immer so viele raus sonst wird das böse so ein bisschen Gift können wir ruhig auch nehmen den Giftler ey wieso kann den Giftler nicht upgraden hä ah jetzt haben wir den falschen Kutau ausgewählt ok der macht nämlich guten Damage der Giftler das ist alles nicht schlecht so so da lassen wir eine kleine Bombe runter dass die beschädigt sind Fliegenden können auch kommen kein Problem so das läuft Leute das läuft ja der eine Flächendamage der hilft schon so jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen die Fliegenden sind nämlich gescheit lästig ich hab keine Bombe nix muss man hier nicht zu viel ins Maul bringen so next wave ladies and gentlemen und die 17er lassen wir auch gleich rein ist überhaupt kein Thema final wave final wave die Bombe macht fast überhaupt keinen Schaden ja erledigt so wir haben sofort jetzt bin ich neugierig was wir da kriegen und zwar was haben wir hier einen Stern einen Wodentower den würde ich unbedingt brauchen also das für einer ja so Detektor ok ja da sind gute Dinge dabei ah ich bräuchte unbedingt diesen Wodentower ja wir haben ihn nice den können wir auch upgraden oh super Leute so wir riskieren das nochmal und ein Poison Tower jawoll läuft so ah es ist super für die Upgrades allerdings wird das ein teurer Spaß werden ich weiß nicht ob man das leisten kann ja und wo geht es jetzt weiter bitte hier geht es ja nicht weiter die habe ich doch schon alle verstehe wer will soll es dann nicht hier rüber gehen oder so oder müssen wir den Boss dann nochmal machen oder was das ist ja komisch ich weiß im Moment nicht wo es hier weiter geht ehrlich gesagt wir nehmen auf jeden Fall mal den wo ist er denn ähm ähm na wo ist er hä 1-3 wo ist denn mein Tower hier der ist Max hä achso ich bin ein Tödel change Evolution brauche ich ich verwechsel das immer wieder Leute ich verwechsel das einfach immer wieder das ist richtig ungelöst also wir müssen wo ist er denn der ist ne den und den so und dann kriege ich die Evolution 3 das kostet 5 oh und ich habe keine 500 ach komm da müssen wir irgendwas verkaufen so wie kann man die verkaufen wie kann ich die verkaufen scheiße ach wir brauchen Kohle ja wie kommen wir jetzt hier weiter ich habe keine Ahnung das haben wir schon alles gemacht da muss irgendwie weitergehen ich verstehe nicht äh wie geht es hier weiter ja XP ist klar wir kommen ins Hauptmenü das bringt mir jetzt auch nichts hier muss ja irgendwo weitergehen eine neue Mission müsste kommen oder so aber hier ist keiner da ist ja noch viel Platz auf der Karte also es geht sicher noch weiter aber ich weiß nicht wie das haben wir ja schon gemacht hart ja nochmal egal ich kriege wenigstens Geld aber ewig werde ich das nicht weitermachen ansonsten ich weiß nicht das ist was verbuggt aber so keine Ahnung keine Ahnung müssen wir mal schauen ich probiere das jetzt nochmal hier und dann werden wir ja sehen was rauskommt so den kann ich leider nur einmal abquemen ich kann mich aber an die Mission hier nicht erinnern die ist schon ein bisschen neu irgendwie war komisch oder ne da waren wir auch schon mal keine Ahnung Leute lassen wir mal ein bisschen extra hier raus so Kohle krieg das läuft eigentlich sehr gut. Schauen wir das mal extra Mosenokriegen. 24 Waves haben wir. Diese kleinen sind lästig. Weil es so viele sind, das ist das Problem, sonst wäre es ja egal. Und ein Tower dahin gebrezelt. Aber läuft eigentlich sehr gut, Leute. Fahren wir jetzt durchgehen, aber egal. Es geht jetzt mehr oder weniger ums Schaffen hier. Ist zwar schlecht, aber ist egal. Hauptsache man schafft es, dann kriege ich das. Fliegen, wenn wir hier nur hin, dann kann ich auch upgraden. Sehr schön. Haben wir ja schon viel upgradefähiges Material hier. So, wo können wir den noch hin? Irgendwo Platz. Hier haben wir noch einen Tower Platz. Irgendwie wird das jedes Mal schwieriger, kommt mir vor. Keine Ahnung. haben wir hier mal Flächendamage hin. Fliegende haben wir ja nichts mehr. Das passt. Vielleicht muss man Gift. Genau. Und den Gift-Lower upgraden. So, Tower-mäßig kann ich jetzt nichts mehr machen. Ja, wir haben einige verloren, weil ich sie zu schnell raus habe, aber ist egal. Hauptsache man kommt damit durch, ne? Es müsste reichen, dass wir es geschafft haben. Dann kriege ich diese Kiste und dann, das geht's. Dann kann ich wieder Evolution machen und so weiter. Was ich aber nicht verstehe, ist... Ah, noch eine Wave. Okay. Ich werde schnell durch hier. Oh, das war jetzt eine Riesen-Wave. So, wir kriegen. Was ist das denn? Mini oder was? Wow. Die macht das extrem effizienter. Das wäre super hier. Ansonsten die 400 Silber wären auch nicht schlecht. 200 Experience Points. Ja. Schauen wir mal. Ja genau, die wollte ich haben. Super. Und wir investieren noch mal 175. Das geht sich aus, dass ich das andere da noch kriege. Bisschen XP. Das ist auch okay. So, und jetzt können wir das upgraden. So. Das verstehen jetzt. Jedes Mal ist das was anderes. Das ist hart. Jetzt ist das wieder weg. Da war doch vorher was. Irgendwie kommen wir da nicht vorwärts recht. Komisch. Auf jeden Fall werden wir jetzt, wo ist meine Forge Evolution machen? Und zwar der Wutentower mit dem anderen Wutentower. Und jetzt müsste ich genug Geld haben. Genau. Stufe 3. So. Los geht's. Jawohl, Leute. Und Stufe 4 auch gleich. Eins, zwei, drei haben wir übersprungen. So geht's auch. Wow. Da macht er Damage. Also das haut gut rein. Den nehmen wir. Mehr Geld habe ich eh nicht. Dann versuchen wir den Boss hier. Ohne Magic. Warte mal. Moment, das ist jetzt was anderes oder was? Ja. Destroy. Sieben Totems. Komplett. Level without. Der Wutentower. Warte, das ist Blödsinn. Das ist jetzt ein anderer Boss. Das ist so komisch. Without the Wutentower. Ey, das geht nicht. Also bei aller Freundschaft. Aber das ist ein bisschen hart. Die sieben Totems machen wir. Aber ohne den Wutentower wird es ein bisschen hart. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Ich würde mich anhören. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018